Grillen und Sommer. Zwei Dinge, die untrennbar verbunden sind. Grillen ist nicht nur eine Frage der Energie, aber auch. Grillen können Sie mit Gas, mit Holzkohle oder auch mit Strom. Hinsichtlich des Energieverbrauchs sind Gasgriller und Stromgriller sehr effizient und sparsam. Beim Grillen bekommen Sie Durst, also Sie brauchen Getränke. Überlegen Sie, ob Sie wirklich gekühlte Getränke brauchen. Denn Kühlen kostet Energie. Wollen Sie gekühlte Getränke, so diese bitte vorkühlen, im Keller oder in einem kühlen Raum verwahren. Wenn Sie die Getränke auf der Terrasse beim Grillen brauchen, bitte diese in einer Kühltasche verwahren. Hier bleiben Sie länger kühl. Und wenn Sie die Getränke kühlen wollen, bitte im Kühlschrank und nicht in einem Gerät, welches auf der Terrasse in der Sonne steht. Denn das führt zu einem unnötigen Energieverbrauch. Wenn Sie mit Strom grillen, haben Sie die Möglichkeit, mit grüner Energie zu grillen. Warum? Der Strom kann von der Photovoltaikanlage auf Ihrem Dach kommen oder mit Ökostrom von der Salzburger AG betrieben werden.